Ey, wer ist er denn, Alter? Was? Ja, moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zu... Ich bin's wieder, euer Katz, ich bin keine Kuscheiße, Digga. Ja, mit Heno Scheiß. Ähm, und, äh, normalerweise wäre jetzt hier das Herzig 2 Video gekommen. Äh, in Diablo 2 auch, ne? Mit Herzig, sondern nicht Herzig. Ähm, aber... Ach, du suchst dir schon direkt einen aus, du hast gar keine Zeit mehr, oder was? Nee, nee, ich dachte mir... Ey, guck mal, Augie und den Kack anlegen. Ja, Alter, hier April, Junge. Wer ist er denn? Er ist Mr. Toasty. Ist das hier nicht... Nee, von Spongebob ist das kein Superheld, oder? Ach so, ne? Mehr Jungfrau Mann oder so? Nee, ich hab keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, äh, Diablo-Server sind mal wieder down. Jetzt guck doch mal in die Kamera, ne? Äh, Diablo-Server sind mal wieder down und das bedeutet für uns, wir hatten keine Möglichkeit, ähm... Wir haben jetzt zweimal versucht, Diablo aufzunehmen. Ja. Die ganze Scheißwoche gehen die Server nicht. Sag's ihnen. Junge, nicht mal over IP, das haben die gelöscht, das Feature, weil die dachten, brauchen wir nicht. Jetzt sind alle Server... Ich mein, wenn das mal einen Tag passiert ist, okay. Ja. Aber ne ganze Scheißwoche. Rass dich aus. Wir müssen... Es wird einfach Flickenteppich mal in der nächsten Folge. Wir werden dreimal aufnehmen. Nephisto wird... Weggemacht. Weggemacht. Er wird sterben. So. Aber wir brauchen halt drei Anläufe. So, und jetzt finde ich... Oh, Lord. Lord. Äh... Ja, red ruhig weiter. Ja, nimm ruhig das... So. Ja, ist er ankert. So, da sind wir wieder, Freunde. Back in the building. Ähm, genau. Back in the building. Und da bin ich extra hergekommen, weil bei uns im Studio bei Freaks ist gerade die Hölle los. Ähm, da muss ordentlich umgebaut werden, weil... Hör meine Zitze auf anzufassen. Aber dann sind wir mal wieder nebeneinander hier schön. Und spielen Nickelodeon All-Star-All-Star, Junge. Junge, ich hab den hässlichsten Charakter, der je Nickelodeon betreten hat. Ist das so? Ähm, ich... Das ist auch die schlechteste Serie, die es je gab für Kinder. Echt? Ja. Ich nehm mir hier Leonardo und heißt er, glaub ich, oder? Das ist so übel lame. Ach komm, dann nehm ich ihn. Kenn ich nicht. Nein. Oder sieben. Nimm doch bitte Patrick oder so. So übel nein. Ja, dann nehm ich Patrick. Aber ich will dich auch nicht beeinflussen. So bin ich generell in meinem Leben. Kampfbereit. So, okay. Er ist dein original Smash Bros. Klon. Ja, ja. Juh, Schrift ist wie in den Holländer. Ja. Nigel, Junge. Ah, doch. Ich kenn den. Ich kenn Nigel. Klar. Ich hatte mal in der Schule einen Kumpel, der Nigel hieß. Und der ist viermal die Woche ins Solarium gerannt. Kannst du es glauben? Junge, lass doch erst mal kurz chillen. Ja, so. Guck mal, ich rufe erst mal jemand an. Lass mich doch mal eben anrufen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was habe ich hier? Hier habe ich einen Bauch. Okay, 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 okay. Okay, alles klar. Was ist das? Ich kann böse gucken. Und wie? Warte mal, wie springt man denn? Wie springt man? Ach so. Hä? Wie kann ich jemand springen? Ypsilon. Okay. Wie der Holländer da hinten so rumfliegt, Junge. Hey, kannst du bitte einmal kurz herkommen? Ich will einmal... Oh mein Gott, der hat geschnitzt. Was war das? War das der hier? War das der hier? Ah, du bist auf! Ah, tschüss! Okay, aber ich hab's. Also, Asen-Leichte Attacken, Besen-Schwerer-Attacken, und X sind so Special-Scheiße. Und oben X ist auch dein... Wie er so guckt, aber er freut sich so mega. Oh, der fängt ein... Patrick fängt ein, wenn man... So. Oh, ey, mein Digga. Ihr Boomer. Junge. Jetzt reicht's aber. Oh! Alter, ich hab hier schon 108%. Es ist halt einfach nur Smash Brothers mit Patrick. Oh, Alter, was, Digga? So. Oh, und der Afford. Oh. Oh, Leute. Okay, jetzt... Leif's mal einsteigen, oder? Ja. Ah! Ah! Oh! Ja. Du kannst mich über den Gramm, Digga. Ja, klar. Es ist die Faustkarte. Oh, mein Gott. Ah! Oh! Ich feier das E-Mail-Zeran jetzt. Junge, wie grabst du mich? Mit X. Ich muss immer auf den Controller gucken, weil ich den nicht kenne. Ich spiele ja nur Blazey. Shit. Ja, das tue ich mir auch schwer. Oh, lol. Aber man kann richtige Moves ziehen. Ich hab das Gefühl, man kann mehr machen als bei... Oh, lol. Aber jetzt reicht's. Das ist der Move, mit dem ich dich einfach umbringe. Schluss! Ich lasse mich abstehen. Ja, aber das Game sieht doch gut aus. Ja. Ich denk bei sowas immer an Discord abends und Dawnshel. Ja. So, jetzt kriegst du aber... Jetzt kriegst du aber zurück. Junge, die Thornberrys ist echt die schlimmste Serie. Ist das jetzt Rematch, oder was? Ich glaube. Ich hab keinen Bock mehr. Oh, shit. Nein! Nein! Da find ich dich. Immer schön vorne. Wie heißt das? Reling, oder was? Nee, Reling, Digga. Nee, ein Bug. Heck, Digga. Bug. Ich bin so ne Eistübe einfach. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Oh, Gott. Der Pettelig ist heftig. Ohne Scheiß. Er ist in der Serie übelst ein Lappen, aber hier... Okay, die Leute fähig. Boom! Hä? Nein, nein. Junge, ey, ey, ist aber auch sick. Ich heil halt nicht. Vielleicht ist es auch Nigel einfach so. Tacke. Zack, Junge. Komm, komm. Ey, aber was mir am meisten stört, wenn ich falle... Wenn ich falle, kann ich nicht nach unten drücken, um durch die Böden zu gehen. Wie bei Smash Bros. Doch, du musst Y drücken. Hä? Y runter. Nein, während ich falle. Ach so. Wenn ich so falle und dann einfach runter drücke, dann falle ich... Ja, ja, das nervt mich auch. Das stimmt. Aber das geht halt mit Y, aber das ist nicht so smooth. Ach so. Ich will dich mal mit meinem Telefon hauen. Au! Au! Ah. So. Das ist halt so mein Signature-Move. So. 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 So, jetzt hab ich's langsam raus. Also. Jetzt kommt's mal hier. Zack. Schön mit der Eis. Was macht das Schnipsen? Wie? Uuuuuhh. Zack. Du brauchst mal wieder nur ein Leben. Nooo! Shit. Das war's. Oh, aber hier. Genau wie bei Snapbrother. Ja, Digga. Digga. Guck mal her. Die Mucke auch. Jetzt erst mal wieder. Warte, warte. Darf ich eine Sache noch mal ausprobieren? Ja, klar. Wie grabbt man jemand? Das ist ja... So? Hab ich nur fallen gelassen. Mit R1. Lass mich doch mal jetzt... Ich hab nur ein Leben. Das kann ich mir nicht... Ach, man kann blocken. Mit R2. So. Richtig in die Fresse, Digga. Boah! Das ist richtig gefinished. Alter, das war ein Finisher. So. Ey, was ich nicht schaffe, mich konzentriert zu retten. Das habe ich jetzt einfach. Zweimal in die Luft springen und einfach oben mixen. Das ist nicht schwer, aber ich krieg's nicht hin. Wie lange müssen wir das denn noch mit dem spielen? Ich will mal andere spielen. Besser auf Fall? Oder hast du es einfach weggedrückt? Zweimal? Zack. Boom. Scheiße. Ah! 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 Das ist die Fresse. Das ist der Heftigste. So. Jetzt willst du es auch wissen, ne? Nee, nee, nee. Zack. Aber das... Ciao. Ja, das ist... Ciao, Bella. Aber das finde ich hier ein bisschen gebalanced als bei Smash, weil da hast du... Da kommst du immer wieder raus aus der Nummer, ne? Aber jetzt... Du bist am konzentrieren mit deinem Krokodil da. Ist das Stefan? Oh, warte, ich bin reingedrived. Verwalt den... So. Ich hab hier so'n Pokal. So. Loll! Zack! Ja! Oh, schreit! Nein! Ciao, Bella! Ciao, Bella! Ja. Ah, ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. Ich hab noch einen. War es so'n Art Super-Trick? So! Alter, du bist so'n langsam? Ich hab noch einen. Ich hab noch ein Leben und du hast noch alle? Oh, Alter! In die andere Hemisphäre. Oh mein Gott! Und ich halt schon den Pokal um. So! Fuck! Das ist ein bisschen wie Kirby, so wenn der runterklappt. So. He he. Zack! Was macht der denn da mit diesem Pokal? Ui! Was ist das Schnipsen? Kann ich dich da mit dem Counter? Nee. Ich mag ihn, Digga! Zack! Nein! So! Ah! Komm her! Alter! Ich bin nur Monkey Man! Nein! Oh! Aber wir kämpfen doch immer nur an dieser Stelle. Guck mal hier hoch jetzt! So! Ach! Boah! So! Shit! Das ist gut! Das ist gut! Oh! Bang! Rang! Ah! Zeit abgelaufen! Okay, wir brauchen... Okay, hier. Mach mal Hauptmeni! Ich mach immer Rematch deswegen. Brawler Auswahl! Oder? Andere Map! Andere Map! Oh, Digga! Es gibt auch andere Modi! Es gibt auch... Ja, genau! B halten! B halten? Es gibt auch Zeit und Sport! Sport! Aber... Ich würd sagen... Ich würd sagen... Ich würd sagen... Ich würd sagen... Aber da sollen die mal mehr Charaktere bringen! Einfach aus dem Ganzen... Mir fehlt aber was von denen... Ist er vielleicht von den Feen? Der Toastmann? Von den... Wie hast du... Äh... Ich würd sagen... Ich würd sagen... So... Was gibt's nicht hier noch so? Küche, Digga! Schöne Wurst... Cat Dogs House... Fall Halde... Das war die Küche! Das war die Küche! Ich will mal nur gucken... Ob ich noch irgendwas kenne... Von irgendwoher? Mhm... Nur das war... Qualenfelder... Auch schön! Ja, das ist von Sport! Ich kenne tatsächlich... Fast nur das von Sport! Na gut... Das rechts... Irgendwann aber von Arne... Ja, ja... Arne... Jau... Hahaha... Hahaha... Hoh! Oho! What a... Alter, was? Aber... Aaaaahaaaaaaah!!! Junge, der ist ja ultra unfair... Jupp! Auf die Heise... Wo es... Und ich komm wieder auf! Toast, Junge! A-Aaah! Junge! Der Guck! Ha-ha-ha-ha! Auf der Hintergrund! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Guck mal, mein Ass. Mein Arsch. So, die Milch. Oh, ich kann schießen. Oh, ich kann... Oh, nein! Das Toast! Ah, so. Ah, shit. Ja, der Toast, Mann, den muss man erst mal verstehen. Hey, du hast ja ein verfliegendes Toast gemacht. So, jetzt hat er die Milch. Alter, du bist mir jetzt zu krass. Geh! Abfahrt! Das schaffst du nicht. Hä, das ist ein Teller? Ah! Komm jetzt rüber hier. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Ah! Hä? Warte mal. Oh. Nein, nein, nein! Ich weiß immer nicht... Oh! Nein, nein! Oh, nein! Hui! Ja! Ich kann nicht diesen... Ich kann mit den anderen... Oh, Leute, schau! Äh, hab mit den anderen Moveset als mit... Patrick, wie kann ich hier chillen? Ne, ne. Ab ins Wasser. Arbeit, brauche. Alter, ich hab gefurzt. Oh! Da geht's ja weit! Oh, die Pfanne ist heiß, Digga! Da ist eh die Schinken drin und Eier, alles. Ah, Digga! Hier ist ein Toast! Ist das? Oh! Oh! Ah! 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 Oi! Oh! Ah! Ah! Das ist jetzt los, man. Gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. So, hier nochmal einen auswählen hier. Ihr habt's nicht mehr gemacht! Ja, 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 komm. So. So. Ich seh jetzt hier mal so Ninja Turtles spielen. Ich lass mich... Ja, dann mach das. Das ist von dir auch nicht ver... So, wer bist du da? Von Oggy und so, ne? Oggy und die Kale lagen. Aber das sind die bewohnt... Ne, das sind die... Doch! Ne. Michael and Angelo. Ne, das ist deiner. Michael and Angelo. Michael und Angelo. Und Leo und Nardo auch. Ren und Stimpy. Hä, sind die von Oggy und die Kale? Ja. Ich hab ein Skateboard. Der sitzt auf ihm. Oh ja, ich schmeiß eine Pizza. Hey, ich schmeiß Sachen. Ich. Da ist ein Auto. Ah, Männer. So, jetzt komm mal. Jetzt. Zack. Alter, ich drück einfach irgendwie Kinnabber. Und es tut auch schon weh. Oh, ich wurde gerettet. So. Hä? Oh. Okay, die sind richtig kacke. Ist ja fürchterlich. Die sind so clunky, ne? Der Todsmann hat sich übelst clunky angepasst. Ah! Der gerade hat mich. Hä? Woher mit dir? Schätze. Boah. So schade. Alter, jetzt ist aber even. Jetzt nicht mehr. Iiiiih, voll geburtst. Ah! Ach. Ich hab' nicht gestandet oder so. Ich halte ihn nicht. Ja, ich hab' das Gefühl, jeder ist so ein bisschen anders, ne? Also, es gibt so ein Grund-Move-Set. Hey, der war ein Auto! Oh, du! Ah, die Pizza! Nein, nein, nein! Ich lebe doch, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah! Ah, schluss! Ah. Okay, halt. Tausch. Okay, eine noch. Eine Runde noch. das ist ihr feierabend. wer ist er denn eigentlich? sie. hast du sie? ist es sie? ja oder? weiß ich nicht. hier im spongebob. wieder im spongebob. falscher knopf. sorry. ja spongebob sind auch die geilste charaktere. ja ist so. lass mal fein fäden wahrscheinlich. weil der möbler war jetzt auch ein bisschen small. ja. ja und ich mag so maps nicht diese mega variabel. alter unten ist gerry. ich spongebob raus. oh ich kann nur blasen schießen. nee das bin ich du affe. ich bin spongebob. du bist handy, ich bin dumm. alter, geile mucke. alter, du kannst mich mit dem lasso ranziehen. boah, das ist heftig. hä? alter, du hast ja richtig krasse schuhe. na, na. so. und komm mal. oh, sache. oh nein, ich wollte gerade aus dem bild kicken. oh, ich wollte dich gerade wegmachen. zazoo, das bin ich. es ist äh, säckelose. hä? also da weiß ich nicht was es bringt. oh, 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 oh vorbei der ist halt heftig es gibt schon richtig heftige tasten kombination aber es ist so close 51 52% das war so ein bisschen filler content genau in der niedrigung von karl kuschinski der sohn habe ich nicht übelst weggemacht zwei drei malen wie du weinst ja heute übelst und der mit dem arsch den fand ich auch geil schaut unbedingt auch bei hand of uncut vorbei bitte ich brauche jetzt langsam auch mal bald ist sieben millionen fertig ne ja so kommt da was krasses ich wollte tatsächlich ein 24 stunden vod machen krass also als würde ich stream auch ganz viel aber ich lasse die ganze zeit hoch also an kann ich rede die ganze zeit mit mir selber du hast ja kein chat 24 stunden kann heute anrufen ab und zu ja aber das geht nicht die maximale länge eines videos auf youtube darf nur zwölf stunden sein wohl und nur eine begrenzte gigabyte ans gigabit dings ja das ja dann muss etwas neues überlegen ja dann schauen wir dann ja vielleicht gibt es diese woche wieder herzig mit karl und ohne sterzig ja weil diablo server wie gesagt ne ansonsten zum kotzen schönes wochen denn anschuss kotzt oder kotzen ruhig maus